hallo ihr lieben ich freue mich dass auch heute wieder dabei selbst in b was haben wir heute ich habe drei komplette setz für euch mit kompletten ideen und dann schauen wir mal was für unsere sachen die wir schon im kleiderschrank haben jetzt mal machen dass wir kleine hingucker haben wo alles super zusammenpasst wer meine videos noch nicht kennt hier geht es darum die sachen die wir schon haben um zu gestalten wir haben so viele tolle sachen im kleiderschrank gibt die nicht mehr in die kleiderkammer und schmeißt die auch nicht mehr weg sortiert die einfach raus und schaut in der playlist nach was euch gefällt und wir daraus was besonderes machen könnt einfach so dass alles zusammenpasst wir brauchen keine vollgestockten kleiderschränke wir brauchen komplette setz für fünf minuten fertig sind morgens einmal reingucken und uns wirklich mal mit freude anziehen also macht euch die sachen komplett auf dem bügel rauf stellt euch darunter die schuhe die handtasche den gürtel alles fertig alles was heißt einer stelle alles hat unsere kleiderschränke sind doch keine stauraume die sind dazu da unsere kleidung dort einzuzutieren und zwar alles was wir nicht suchen dass dadurch die gürtel sind da die tücher sind datet ist datet ist alle schwach sind sortiert bitte alles raus und werft mit nichts 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 mehr weg ihr könnt alles gebrochen eure alten schuhe eure handtaschen eure gürtel eure die sus selbst bei der bettwäsche schmeißt bitte nichts mehr guckt in die playlist rein wir haben so viele tolle ideen und ihr habt wirklich endlos zu tun wenn ihr euch das einmal angenommen habt dass ihr die vier schritte die ich am anfängervideo noch mal ganz genau erklärt habe beherrscht das anstecken abbrennen wird dann mein videos noch ganz oft sehen wir kennen nichts wir arbeiten komplett ohne maschine anheften annehmen kreuzstich mehr ist es nicht es ist immer dasselbe und ihr werdet sehen wie viel fantastische tolle sachen wir daraus machen ja so ich habe heute für euch selbst im beige so einfache beigefahrende bläser sucht die raus gerade mir ist immer so nichts sagt aber wenn wir es ein bisschen aufpeppen ist das alles halb so wird schaut mal alles was ich hier gemacht habe war alle nähte komplett mit kreuzstich zu verzieren schaut mal der ganze bläser sieht komplett anders aus schaut euch die bläser an alle vorgegebenen nähte schaut mal hinten habt ihr die auch mal die abnäher der bläser das sind eure richtlinien für den kreuzstich ob das hinten an den armen ist ob das unten an den bündchen ist ob das hinten ist vorne schaut euch einfach alles an wir haben hier sogar noch die taschenpacken gemacht haben einfach den vorgegebenen rand um näht mit dem kreuzstich und haben kleine bomben herangemacht als kleinen hingucker oben am kram könnt das auch machen haben wir hier auch gemacht ob das nur so ein rund kram ist oder ob das ein richtiges revier ist ihr könnt alles umhegeln ihr habt so super die vorgegebenen linien schaut euch die bläser mal genau an und alles was ihr dafür braucht ist ein bisschen seigengarn aus dem seigengarn könnt ihr auch die trotteln immer gleich machen und eure zauber da sage ich auch in jedem video und jetzt auch diesmal wieder sagen holt euch diese nadeln das sind einmal die selbst einfädende nähnnadeln oder die wundernadeln die sind zehn stück sind drin verschiedene größen sind zwar ganz klein aber ihr kriegt fast alle fäden da rein außer wolle hinten habt ihr noch meine beschreibung drauf dass ihr die nicht mehr einfädeln müsst ich zeige euch das nachher auch nochmal das ist genial ein euro holt euch die auf jeden fall und nehmt gleich ein paar mehr mit und verschickt die ist eine super geschenkt idee ich war so dankbar ich hätte keinen faden mehr empfehlen können so eine kleine nadel ja holt euch die soweit zur werbung wir dürfen die kleine haben also hier einfach nur den kreuzstich wir haben einfach einen anderen beige ton genommen könnt ihr machen wie ihr möchtet ihr könnt auch gerne farbige nehmen haben wir nachher nochmal so sieht der bläser dann aus so passend dazu haben wir einen rock genommen spitzenröcke habt ihr vielleicht auch noch ihr könnt auch ein ganz gerade nehmen ist völlig egal und wenn euch der zu kurz ist und ihr kennt das alles kurze röcke man steht den ganzen tag und zieht zuppelt diesen rock runter so und wenn euch der zu kurz ist aber zu schade zum wegwerfen denn hier geht ihr euch einfach hier unten schaut mal ich habe einmal an den unterrock so was dran gemacht und einmal an die obere hälfte so dass ich nur doppel rüsche haare häkelt euch einfach rüschen unten an schaut in meine strickvideos rein ich habe das so oft erklärt ich habe auch ein komplettes video drin das 50 video 50 volevojacken häkeln und da sind explizit noch mal diese rüschen drin wie man die anhäkelt ihr braucht so wenig material und es ist nur loch häkeln glaubt mir das ist total einfach also ihr könnt euch damit super eure röcke ein ganz kleines stück länger machen und diese verspielte unten ran machen so dass es dann wieder mit den schuhen oder im gürtel oder weiß ich was zusammenpasst denkt euch was ausschaut das strikt video rein so und dann noch mal passend dazu auch pullover aufgepäppt schaut man ganz einfache pulli genau exakt der selbe farbton deswegen fand ich das so toll und der hat so ein goldschimmer drin so und dann haben wir einfach goldene ich weiß gar nicht was das für eine wolle ist eigentlich macht man scheiß daraus ist ganz dicke wolle oder ihr nehmt korte könnt ihr auch nehmen und dann näht ihr das einfach auf die pullis drauf schaut man ich habe sogar hier noch am arme gemacht ihr näht das einfach drauf lasst am ende was übrig macht eine schleife und vernäht die dass sie nicht wieder aufgeht und schon habt ihr aus einem ganz einfachen wollpulli was anderes gemacht was keiner hat wir machen auch noch mal pullis verschönern und da erkläre ich noch mal ganz genau wie man es drauf setzt man kann auch bunte bänder rein machen so aber daraus wird aus einem ganz einfachen strick pulli auch was besonders was keiner hat so das war der pulli dazu und da ist auch ein set jetzt hier aber keine handtasche bei beige denke ich meine beige handtasche hat jeder aber wir haben die schuhe noch passend dazu kriegt wenn ich so unterwegs bin dann gucke ich ja auch immer was mal so immer passend dazu bekommt wir haben ein paar welches genommen genau der selbe farbton und genau der selbe goldton um einmal ohne musste und einmal hier unten drin wasser pro pullover haben das heißt es wiederholzig wieder so und hier habe ich noch ein tipp für euch gerade welches und gerade diese dinge kennt ihr das immer rutscht euch das ding hinten vom hacken runter er wird alle zehn meter stehen und zieht es immer wieder nach oben ein problem das haben wir gelesen wir wissen mit der kordel wir haben einfach eine kordel reingezogen im beige gold und binden uns das um den fuß und dadurch rutscht das sind nie mehr runter ist das nicht cool so alles was ihr dazu braucht ist eine lochzange eine gürtelzange ihr macht euch hinten mittig zwei löcher rein wo ihr die kordel durchziehen könnt und dann nochmal rechts und links wo die kordel dann wieder raus kommt das heißt ihr macht vier löcher da rein und habt eure kordel zum binden drin ein ganz kleiner typ noch welches haben auch immer das problem dass man vorne immer so durchrutscht wenn die lange getragen werden macht euch hier unten einen fersenkleber rein dann rutscht ihr nicht mehr nach vorne durch und hängt nicht mehr mit den zähnen vorne an diesem absatz klein so das ist das erste set diese dinge habe ich überall dran auch an den fans überall ihr habt so ein super halt und macht euch das das sieht cool aus und ihr habt einen ganz anderen halt in den schuhen und könnt wirklich den ganzen tag mit den dingern laufen so das war nummer eins dann haben wir zwei mache ich das noch kurz über und dass das runter fällt so hier haben wir auch die bläser komplett schaut man einfach ringsrum eine kleine hegelbüsche gemacht und alle teile die überhaupt ging um die taschen packen um die ärmel wir haben hinten wieder diesen kreuzstich als zierde in den armen drin also wir haben hier ganz 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 viel umnäht und haben wieder etwas einzigartiges draus gemacht ganz einfach durch eine hegelüsche alles was ihr dazu braucht ist nur hegelgarn entweder ihr nehmt es im gleichen farbton oder oder eine andere farbe es ist völlig egal so und wie man das macht wie man das hier an bekommt weil man braucht ja ein stichpunkte für unseren häkelhaken das zeige ich euch jetzt mal hier an dem shirt das haben wir nämlich passend dazu ist genau derselbe farbton kann man super drunter ziehen und damit es auch zusammen passt machen wir hier das noch mal an die armel ran und oben an den kragen ich zeige euch jetzt wie einfach das ist so alles was ihr braucht ist das hegelgarn so und unsere zaubernadeln die kann ich euch bei der gelegenheit auch gleich mal zeigen das ist genial wenn ihr rollkragen haarpullis überhaupt denkt daran nicht rings rum zu gehen weil ihr kriegt dieses nicht über dem kopf gerade bei rollis ihr könnt also nur den vorderen teil besetzen aber wir machen das hier damit zum bläser passt es soll ja immer alles zusammen passen so unsere zaubernadeln in die hand genommen und einfach oben reingeklickt ihr habt gesehen ich habe nichts gefehlt so schaut mal genial oder nie mehr einfädeln der faden ist drin und das ist auch ein mittlerer faden der passt also auch super man nimmt immer nur negern rein aber das ist blöd und so ich lass den jetzt mal hier dran weil ich es dann gleich weiter häkel so das heißt ihr nehmt euch den vorderen teil oder hier eure linien egal und geht wirklich mit dem faden im zentimeter abstand einfach nur da lang wo ihr die häkelrüsche hin haben möchtet so ich bin jetzt einmal rum warum war die nicht mehr jetzt habe ich nur einen ganz großen häkel hatten aber das ist jetzt auch nicht so schlimm so jetzt fangt ihr an mit dem häkeln das heißt ihr gebt in die laschen die ihr jetzt genäht habt rein und macht ganz normales loch häkeln eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn da mache ich hier mal weil das soll ja rüchig werden diese garne die kriegen sich auch schön so ich höre jetzt mal auf mach das dann später fertig ich wollte es euch ja nur mal zeigen so und ihr seht schon wir haben jetzt hier vorne diese rüche dran seht ihr das und genau dasselbe haben wir hier gemacht es ist kein unterschied also einmal im zentimeter abstand grob nähen gerade runter und dann diese rüchen rein häkeln könnt ihr bei so vielen sachen machen ganz einfach simpel und ergreifend und wenn wir das jetzt fertig haben passt das natürlich super zusammen wenn man das so am kragen sieht und nachher wenn man den aussieht an den armenbündchen da mache ich es noch fertig so das war das also einmal eine kleine häkelbüche rein machen so und dazu passend habe ich einen gürtel und die passenden Schuhe dazu einfach einen schwarzen rock perfekt mehr braucht ihr nicht so und bei den Schuhen haben wir hier wieder genau dasselbe gemacht schaut mal wir haben einfach wieder ein Band durchgezogen so auch hier bei diesen Schuhen die hinten keinen festen Halt haben rutscht ihr immer raus macht euch hier einfach ihr könnt das Band ja auch vorne drüber ziehen dass ihr den Fuß hier drinnen habt und macht euch dann einfach rechts und links ein Loch mit der Gürtelzange rein und zieht euch das durch ich finde das mit dem Binden immer cool man hat einen festen Halt und das sieht immer niedlich aus so hier könnten wir jetzt auch noch kleine Trotteln rein machen wenn wir wollten mache ich jetzt aber nicht wir machen mal etwas dezentere Sachen das ist ja immer alles viel zu aufrecht okay das ist dezent so passenden Schuhe dazu schwarzen Rock dazu und ihr seid fertig so das war meine zweite Idee dann haben wir Nummer 3 wir tauschen jetzt mal kurz wir tauschen jetzt mal kurz so Nummer 3 hier haben wir eine süße kleine Kunstgelehrer gewinnung und haben die komplett mit Leopardenstoff besetzt schaut mal an den Ärmeln unten hier vorne an den Spitzen und hinten komplett so wie das mit dem Besetzen funktioniert habe ich euch auch schon in 20.000 Videos erklärt ihr seht es auch hier im Hintergrund ist immer dasselbe schaut euch wirklich das an vielen Weckfinger Video an das ist wirklich Schritt für Schritt da habe ich einen Bläser und eine Jeansjacke von A bis Z durchgemacht so hier haben wir den Kragen noch komplett bezogen und zwar innen und außen mache ich bei Jacken so bei Winterjacken eigentlich immer weil man schlägt den Kragen ja immer hoch und dann soll es auch hinten wieder toll aussehen auch hier wieder alle Teile bitte einzeln aufstecken abbrennen und mit dem Rollstich ran versucht das wirklich nicht ringsrum zu machen ihr kriegt das nicht hin ihr habt auch hier immer komplett die Absätze wo es drauf soll wie ihr das macht ob ihr das schief macht ob ihr das gerade macht legt euch den Stoff einfach drauf steckt euch den an und probiert das wirklich einfach aus was euch am besten gefällt so und hier seht ihr das mal hier haben wir komplett mal gearbeitet mit einem roten Kreuzstich also wir haben das Leopardenmuster komplett mit rotem Seidengarn drangemacht und alle Nähte ob das bei den Armen war hinten vorne also hier haben wir echt schön genäht das genau sieht aber auch super aus so und haben hier dann noch habe ich euch auch schon ganz oft gezeigt wieder diese Trotteln ran gemacht habt ihr schon beim ersten Bläser gesehen wo ihr die ran macht ob ihr die an die Taschen macht ob ihr die an die Knöpfe macht ob ihr die an die Knöpfe macht ob ihr die in dem Mittelteil sitzt bringt euch irgendwas raus so und die Trotteln zeige ich euch jetzt auch nochmal weil wir passend zur Jacke noch den Rock machen also haben wir uns einfach nichtssagenden Rockausbrot auch einfach nichts drum und nichts dran so und den machen wir jetzt weil der farblich so toll passt was genau passend zu dem Bläser das heißt ich mache wieder meine berühmten Trotteln unten dran an den Rocksaum habt ihr auch schon ganz oft gesehen und diese Trotteln das geht so einfach ihr nehmt euch das Garn das schöne ist wenn ihr die Trotteln selber macht dann könnt ihr das ja farblich kombinieren ihr könnt sie auch kaufen aber dann sind sie halt nur einfarbig so was wir jetzt hier machen wir haben ja rot und haben beige wir nehmen also beigefarbene Trotteln die wir rot absetzen so diese Trotteln ich habe jetzt die längsten also alle vier Finger wenn ihr die kürzer haben wollt nehmt ihr drei Finger für ganz kurze nehmt ihr zwei Finger so das System ist immer dasselbe merkt euch wie oft ihr das rumschlagt ich mache jetzt zehnmal und mache dann auch wirklich alle zehn weil die sollen ja gleich aussehen die sollen nicht einer dicker und einer dünner sein so das heißt ihr haltet euch das fest und wickelt es einfach nur um eure vier Finger rum ich mache es jetzt zehnmal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn so und wenn ich das fertig habe nehme ich das einfach runter jetzt brauche ich hier eine volle ihr könnt das mit den Seidenbändern nicht oben zumachen und verknoten weil Seide geht immer wieder auf also machen wir es mit Garn mit ganz normalem Nähgarn okay wir nehmen das schön fest oben zusammen dass wir eine Lasche haben seht ihr das? so jetzt müssen wir die Fäden ja irgendwie zusammen bekommen das heißt ihr haltet es wirklich straff oben zusammen und wickelt dann mit dem Garn ganz oft rum ganz oft weil ich will ja das Rote jetzt sehen wenn das dran ist dass das wirklich zu der Jacke passt so wickelt das ruhig ein paar mal rum so dann nehmt ihr euch euren roten Faden verknotet das um so verknotet das ruhig drei, vier mal damit es auch wirklich hält zwei drei den schneidet ihr dann ab den braucht ihr nicht mehr okay so jetzt habt ihr das praktisch so jetzt schneiden wir unten diese Schlaufen auseinander so und dann wie beim Friseur einmal runter und gerade abgeschnitten so das war die erste Trottel und wenn wir das jetzt um den Rock herum machen dann werden wir wohl so 50 Stück machen müssen aber es geht ja auch nicht darum das schnell fertig zu bekommen sondern irgendwas zu haben was kein Mensch hat und das hat bestimmt keiner so dann zeige ich das jetzt euch nochmal ich mache jetzt hier rot drauf damit man es auch wirklich sieht dann könnt ihr euch auch gleich nochmal den Kreuzstich angucken wo haben wir unsere Zaubernadeln da sind sie nehmt den Faden so lang wie ihr könnt wir wollen so wenig wie möglich Absätze haben weil habe ich euch ja gesagt dass die Seinen gar nicht so wunderschön sind aber mich leider nicht verknuten lassen so das heißt so stellt euch vor ihr seid jetzt am Ende ich will es jetzt nicht bis zum Ende durch nähen dann dauert es zu lange und wenn ihr ihr seid jetzt einmal so durchgegangen wenn ihr jetzt am Ende seid dann geht ihr einfach wieder in diese Einstichlöcher zurück genau da wo ihr vorher wart und dadurch entsteht das Kreuz ich mache mal hier drei fertig damit ihr das seht so ich hoffe ihr seht das jetzt ich bin einfach wieder zurück gegangen also einmal in eine Richtung nähen und dann wieder zurück in die andere Richtung Kreuzstich wenn nicht schaut euch das wirklich nochmal in Ruhe an auf dem Anfänger Video wenn das hier schlecht zu sehen ist probiert es einfach aus oder fragt jemand kann fast jeder den Kreuzstich okay ist natürlich eine Menge Arbeit aber ihr werdet sehen der Rock sieht natürlich am Ende total anders aus mit diesen Franzen da unten ich werde hier an der Seite noch den Kreuzstich wieder machen und wenn ich das fertig habe fotografiere ich euch das nochmal dann könnt ihr euch das nochmal ran zu so was haben wir passend dazu weil wir ja hier das Leo Muster haben nehmen wir dazu passend wieder einen kleinen Rolli und machen hier oben nochmal den das rote Seidengarn rein und die kleinen Franzen sieht total witzig aus Wettersehen habe ich schon mal gemacht so dass das wieder bei weil es super zusammen passt und dazu passend schwarz mit Leo haben wir auch wieder die passenden Schuhe und haben auch hier wieder schaut mal komplett die Bänder reingemacht Seidenbänder reingemacht die ihr euch super um den Fuß wickeln könnt und haben hier auch nochmal vorne schwarze Trotteln ran gemacht das könnt ihr euch wieder super um den Fuß wickeln und das ist ein bequemer Laufschuhe könnt ihr wirklich den ganzen Tag mit laufen und schon habt ihr wieder ein Set wo alles 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 super zusammen passt jetzt braucht ihr witzende schwarze Handtasche dazu und einen roten Lückenstift fertig so das waren meine drei Ideen für heute ich mache das alles komplett fertig unsere netten Modelle ziehen das wieder an auf der Mondenschau wir machen tolle Fotos stellen die bei Instagram ein und ihr könnt euch dort wirklich alles nochmal ganz genau ran zoomen und das was ich jetzt hier im Schnellbischlauf erzählt habe euch nochmal angucken so ich hoffe es gefällt euch und ihr habt mal Lust aus euren Sachen die ihr im Schrank habt was besonderes zu machen macht einfach probiert es für den Besatz hebt bitte alle Tücher Blusen etc. auf wenn ihr Blusen habt die Blusen passen hier super drauf auf eure Jackets wenn das dieselbe Größe ist ihr braucht das wirklich nur noch auseinander schneiden und draufsetzen probiert es aus macht es vielleicht wie ich schickt die Videos an eure Freundinnen weiter trefft euch abends jetzt in einer grauen Jahreszeit und macht was zusammen viele viele Köpfe haben viele viele tolle Ideen und euch fallen bestimmt auch noch ganz tolle andere Sachen ein wer mit Nadel und Fahnen jetzt nicht so firm ist oder einfach keine Zeit hat der kann unsere Modelle die wir hier für die Moden für diese Videos speziell machen aber auch wirklich nur die im Set bestellen bei den Fotos bei Instagram ist darunter die Bestellnummer und alle Preise angegeben so dann hoffe ich euch dass wir euch eine Freude machen können und ich hoffe dass ihr Lust habt euch tolle wirklich tolle Sachen zu machen wo alles zusammen passt und wo ihr euch jeden Tag wohl und besonders fühlt und ihr seid besonders bringt es einfach in den Tag hinaus ich wünsche euch super 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 viel Spaß Tschüss